Moin Norde! Als erstes möchte ich euch allen natürlich ein frohes neues Jahr wünschen und das neue Jahr beginnt ja zumeist mit ein paar neuen guten Vorsätzen. Und, Roppi Düssel, der Bizeps, der muss wachsen, ich muss ein bisschen fitter werden und wirklich in Real Life jetzt in ein Fitnessstudio zu gehen, das wäre ja viel zu einfach. Dementsprechend testen wir heute den Gym Simulator. Wir gehen ab in ein Fitnessstudio. Guten Tag! Was ist das für eine Musik? Musik. Junge, die Musik hat aufgehört. Oh Gott, jetzt geht es ja völlig los. Okay, ich bin top motiviert fürs neue Jahr. Wo kann ich jetzt hier? Alter Schwede, Junge. Der hat den Bizeps. Hallo Ladies, euer Aslaki ist da mit den dicken Muskeln. Guckt mal. Oh. Oh, das ist natürlich unangenehm. Ich habe da ja nur ein paar Pommesgabeln als Ärmchen, die aus meinem T-Shirt rausgucken. Alter, wie kann ich diese Musik ausmachen? Es geht nicht. Ich bin gefangen bei dieser komischen Musik, Alter. Warte mal, wie komme ich denn jetzt wieder hier? Ah, hallo. Oh, ich kann mit dir reden. Hello, Beauty. Peace off, Skinny Loser. Ja, ich weiß, ich bin doch nicht so... Ach, hallo. Guten Tag. Kriege ich auch solche Muskeln, wenn ich den ganzen Tag nur laufe? Arnold Schwarzenegger. Okay, ja, warte mal. Warte, ich gehe hier vorne. Ja, ich hätte gerne hier die Handeln. Oh, jetzt habe ich die Handeln. Ich bin zu schwach. Ich kann die... Warte mal. Es gibt doch hier auch so ein... Ah, warte. Bizeps Curl. Ne, ich bin zu... Warte, ich bin zu lauchig. Ich packe die zurück und gehe jetzt erstmal ein bisschen mit den Ladies trainieren. Ich mache Squats. Ne, ich will nicht wieder mit dir... Oh nein. Eins. Ach, ich will nicht mit dir reden. Ja, peace off, Skinny Loser. Ich will jetzt trainieren, Alter. Oh. Jawoll. Komm mal, Baby. Alter, da sehe ich mich sogar im Spiegel. Aber, was ist dieses Monster da im Spiegel, Junge? Ah, oh ja. Oh ja. Das sind die Übungen, die ich brauche. Ja, sehr gut. Habe ich jetzt? Ich bin attraktiver geworden und auch stärker. Jetzt kommen die Push-Ups. Und eins. Und zwar, ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie viele Liegestütze schafft ihr denn so? Es geht jetzt hier nicht, um irgendwie in den Kommentaren zu prollen, ja, ich schaff 3.000. Sondern, äh, ich glaub... Ah, ich wüsste gar nicht, wie ich schaff. 10 bis 15. Ich muss aber auch sagen, ich bin momentan nicht unbedingt der fitteste. Denn Push-Ups, ja, weiß ich nicht, ist jetzt ja auch nicht so kompliziert. Du machst einfach regelmäßig welche und dann schaffst du halt pro Woche einfach ein paar mehr. Ist jetzt keine große Kunst. Zieht euch oder zieht euch. Alter, was hat der denn für einen Rücken? Alter, Junge, was geht denn bei dem ab? Okay. Bin ich, bin ich jetzt klasse? Ui! Alter, meine Stärke. Jetzt nochmal die Sit-Ups. Oh Gott! Er ist nach hinten übergekippt. Oh, da kommen die Sit-Ups. Oh, Leute, ich glaub, ich werd krank. Es ist schon... Hat sich die letzten... Aber es ist jedes Jahr so. Nach dem Dezember, da fällt immer so... Beim Jahreswechsel, da fällt immer so einiges ab. Das Jahr hat man hinter sich gebracht und man startet ins Neue und wird direkt krank. So, warte mal. Jetzt bin ich doch krass geworden, ne? Und meine Arme sind ein bisschen dicker. Hallo. Hallo, Beauty. Och Mann! Was hast du denn gegen mich? Ich werde euch erobern. Was ist mit meinem Arm passiert? Okay, warte. Jetzt... Jetzt krall ich mir hier. So, Baby. Jetzt werde ich vor dir ein bisschen posen, ne? Guck mal, jetzt mach ich hier Bizeps-Curl. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ja, och Mann. Ihr beleidigt mich immer. Oh, ja. Was machen wir denn für Geräusche? Oh, komm, ich will. Komm, ich will. Das mache ich vor dem Spiegel. Okay. Power Partials. Oh, ja. Oh, das ist für die Schultern. Da gehen die guten, die gute Schultern... Alter Schwede. Ich werde die Ladies... Die werden verrückt nach mir sein. Weil das ist ja auch das einzig Wichtige, worauf Frauen stehen. Dicke Muskeln. Ist ja nicht so, dass Scham oder Humor auch noch eine Rolle dabei spielen. Vorsicht, Ironie meine... Vor allen Dingen an die Damen. Aber der Bizeps, der muss brennen! Okay, da brennt gerade kein Bizeps. From Drace. Oh, ja. Oh, das ist auch gut. Aber ich will eigentlich nur auf Bizeps gehen. Ich brauch gar nicht mehr. Bank drücken. Da, schöne Schrägbank drücken. Alter. Junge, bin ich Houdini? Guck mal, warte. Ich mach die Übung. Junge, er ist freaking Aladdin. Ne, wie hieß nochmal? Genie. So, ich pack mal hier schön die Geräte wieder zurück. Und jetzt geht's schön ans Bank drücken. Lassen wir mal kurz hier durch. Ich kann hier kein Bank drücken machen? Junge, ich muss doch die Ladies beeindrucken. Die soll sich in mich verlieben. Hallo? Hier ist doch schon direkt mein Gewicht drauf. Wieso kann ich mich hier nicht hinsetzen? Was macht er jetzt wieder? Junge, du sollst hier keine Squats machen. Kann ich auch mit dem reden? Oh, hey. Hi. Junge, wie viele Bizeps Curls willst du denn noch machen? Magst du mich jetzt? Oh, sie hat... Ja, krass. Sie hat nicht gesagt, verpiss dich. Willst du mit mir ins Café? Sorry, but I'm helping my auntie today. Ne, 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 ne. Ich glaube, ich werde dich noch beeindrucken, Lady. Wenn ich mal so aussehe wie der Typ, dann ist hier aber, ne, Ende Gelände. Boah, Junge, Alter. Zack. Ich werde ein bisschen mich mit ihm unterhalten. Zack, ich gehe da schön. Running Track. Junge, so funktioniert das nicht. So sehe ich aus? Ich sehe aus wie ein Affe. Oh, was ist mit meinen Augenbrauen? Junge, die sehen aus wie ein freaking Ferrero Küsschen. Hanuta, man. Geh mal zur Seite, Alter. Was macht er denn jetzt? So ein Angeber. Oh, ja. Komm, Junge, noch mehr. Gib mir 10. Gib mir 20. Du machst das, Junge. Ich glaube an dich. You're the best around. Ne, 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 ne. Kann ich mit dir reden? Ne. Er ist... Oh, oh, guck. Dieses Spiel ist so scheiße. Junge, ich sehe seine Zähne da oben. Dich beeindrucke ich. Oh, ja, mein Bizeps. Der wächst, Junge. Wie sehe ich jetzt aus? Ui. Also, wir haben auf jeden Fall gegamed. Alter, ich bin schon richtig stark. Aber ich muss jetzt einfach nochmal eine halbe Stunde mit den Doubles. Warte mal, wieso... Ich sollte die mal beeindrucken. Hallo. Hello, Beauty. Hi, do you want to go? Ja, willst du mit mir ins Kino? Sorry. Du hast schon, Freund? Ähm. Also. Ich bin ja kein Experte. Aber mir wachsen da gerade zwei Handeln aus dem Arsch. Oh, jetzt nochmal. Okay, Baby. Komm, ich beeindrucke dich mit meinem animalischen Sound. Also, Leute, dieses Trainieren ist echt anstrengend. Also, ich weiß nicht, ob ich das weiterhin so gut durchziehen kann. Es ist wirklich... Ich muss hier die ganze Zeit auf E drücken. Und ich habe bis jetzt bei mir noch nicht gemerkt, dass der Bizeps hier irgendwie auf einmal... Ne? Ah, warte. Da kann ich auch Pull-Ups machen. Warte, hier. Das ist eine gute Übung für den Rücken. Was? Die kann ich hier nicht machen? Also, ich glaube, ich weiß, warum dieses Spiel 63 Cent auf Steam gekostet hat. So, guck mal, hier. Ich bin sogar schneller als sie. Ich mache hier auch ein paar Squats. Ich hoffe, das stört euch nicht, Alter. Hinter dir einfach ein paar nette Bewegungen. What's up, Bro? You're getting bigger, you know? Ja, danke, Alter. Das kommt von den ganzen Squats, die ich immer hinter dir mache. Das sieht so falsch aus. Und, wie fit bin ich jetzt? Alter, ich bin fast maximal attraktiv. Ich gehe nach Hause. Tschüss, Jungs. Oh, ich bin hier eingeschlossen. Ich finde es auch schön, wie dieses Spiel, abgesehen von der Musik und dem Schnaufen von dem Typen, gar keine Sounds hat. Gar nichts. Ah ja, da kommt das noch was. Sein rechter Trizeps, der ist spitzer als der Dreizack von fucking Zeus. Warte mal, hatte Zeus einen Dreizack? Ne, Poseidon, oder? Ah, ich weiß auch nicht. So, jetzt gibt es Front Race. Also, auf dem Bild sieht Arnold Schwarzenegger eher lauchig aus. Vor allem, was ist denn da mit seinem linken... Hier, hier hinten ist ja auch... Ich weiß nicht, wie der Muskel heißt. Praktisch hier im Nacken. Junge, der linke Nackenmuskel, der ist ja nicht existent. Leute, ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst beim Böllern. Keiner hat einen Finger verloren oder sowas. Das ist ja auch manchmal ein bisschen gefährlich. Es gab auf Twitter auch so eine große Diskussion, ob man Böllern verbieten sollte oder nicht. Ich möchte mich dazu gar nicht großartig äußern. Ich kann persönlich nur sagen, ich hatte als Kind ein wirklich traumatisches Erlebnis. Ich war mit meinen Eltern in Hamburg an den Landungsbrücken und Leute haben halt Böller in Menschenmengen geworfen, in denen zum Beispiel auch ich stande. Und ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war ein kleiner Steppke und das war für mich ein absolut traumatisches Erlebnis, weil ich hatte einfach Angst, dass man Böller mir hinten in die Jacke reinfliegt oder so. Aber ich bin sowieso raus aus dem Alter, wo man böllert. Ich gehe mehr trainieren. So, bin ich jetzt krass? Ich bin fast mega attraktiv. Aber sorry, Alter, ich sehe doch nicht mal ansatzweise so aus, wie er hier. Alter! Wenn ich jetzt hier nochmal ein Bild einblende, wie ich am Anfang aussah, da würde ich aber sagen, äh, krank. Ich impresse sie nochmal. Jetzt hast du immer noch einen Freund. Hallo! Willst du, äh, mit in das Kino? Sie sagt ja! Alter, ich bin der König hier vom, äh, Fitnesscenter. Alter, zwei Frauen geklärt. Die eine hat sogar einen Freund. Das ist natürlich nicht gut. Das sollte man nicht machen. Aber ich kann ja nichts dafür, dass ich einfach eine kranke Kampfmaschine bin. Komm, wir gehen jetzt zum Ende. Ich will jetzt sehen, wie er maximal aussieht. Wenn er die maximale Stärke hat. Sein rechter Trizeps sieht immer noch aus wie ein freaking Mantarochen. Dann werde ich jetzt vor meinem großen Vorbild. Hi. Ne, ich will doch nicht mit ihm reden. Please don't punch me, sorry for being rude to you. Junge, er hat Respekt vor mir. Ja, was ist los, Alter? Mein Arm zammelt schon, der will dir in die Fresse rauen. Nein, will er nicht. Gewalt ist keine Lösung. Aber ich weiß nicht, was mit mir los ist. Kann ich jetzt dem auch noch Respekt einflößen? Ja, indem ich nochmal direkt vor seinen Füßen... Ich küsse ihm praktisch die Füße. Und er läuft seit einer halben Stunde in einem Affenzahn. Junge, also ich würde sagen, wir sind ultimativ attraktiv. Stärke fehlt uns ein bisschen was. Aber wir sind ultimativ breit. Zieht euch das rein, Alter. Mir platzt gleich das T-Shirt. Ich gehe nach Hause, gehe eine Runde duschen. Ich bin immer nur eingesperrt. Mann, ich will hier raus. Okay, meine Damen und Herren, das war es mit der Trainingssession. Also ich bin auch wirklich... Ich bin fertig. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Bizeps von diesem Video auf jeden Fall einiges angewachsen ist. Auch der Trizeps, das ist einfach krank. Ich muss nie wieder in meinem Leben trainieren. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Und genießt das neue Jahr. Leute, haut rein. Ciao, ciao.